. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge hier auf Cinema Strikes Back. Wir haben etwas gemacht, wir haben uns etwas getraut, was viele von uns seit langer Zeit möchten. Wir waren eigentlich nie abgeneugt, aber es ist nie dazu gekommen. Jetzt gibt's einen ganz besonderen Anlass. Denn, also erst mal herzlich willkommen zu Cinema Talks Back, dem wunderbaren Podcast der drei Jungs, die noch wunderbarer sind als dieser Podcast. Das ist nämlich zu meiner Rechten sitzt der Marius. Und direkt mir gegenüber sitzt der Jonas. Dein Kontrahent. Mein Kontrahent. Und Kollege und Freund und auch ... Kupferstecher. Kupferstecher. Jonas, was liegt hier vor uns auf dem Tisch? Ein sehr lieber Zuschauer, und zwar der Kjell. Der hat uns ein Game-of-Thrones-Quiz zugeschickt. Kjell und seine Freunde übrigens, er hat das nicht alleine gemacht. Kjell und Co. haben ein Quiz entwickelt. Und das ist eigentlich ein bisschen komplizierter gewesen. Und deshalb haben wir es für unsere Dings ein bisschen heruntergedummt. Also, die Sache ist, dass er eigentlich ein Spielbrett hat und dass es Regeln gibt, die sehr ausführlich sind. Wir haben die uns durchgelesen und wir dachten uns halt, äh, für einen Podcast? Ich mein, das soll ja auch ohne Ton funktionieren. Ohne Ton? Ohne Bild, mein ich, soll ja auch ohne Bild funktionieren. Deswegen können wir das so nicht mit dem Spielbrett machen. Ähm, aber wir haben uns trotzdem so quasi eine eigene Regel ausgedacht. Aber das ist eh immer das Schönste bei Gesellschaftsspielen, bei Brettspielen, die Hausregeln. Ähm. Hier kommt die Spezialhausregel. Die Regel heißt, ich gewinne. Aber Jonas spielt gegen mich, Marius macht den Game-Host. Und, ähm, ja, ich sagte gerade, dass es diesen Podcast halt auch ohne Bild gibt, nämlich auf Spotify und iTunes. Aber mit Bild auch auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back, den jeder geistig gesunde Mensch abonniert hat. Und jeder, der ihn nicht abonniert hat, sprich die anderen sieben Milliarden minus 120.000 Menschen, das sind alles Idioten. Das sind alles, äh, die haben alle einen an der Macke. Wir haben eine wichtige Frage noch nicht geklärt. Also, wir spielen bis ... Also, es gibt verschiedene Punkte für die vier Fragenkategorien. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade. Also, es gibt Fragen, für die kriegt man ein Punkt. Es gibt Fragen, für die kriegt man zwei Punkte. Und es gibt Fragen, für die kriegt man drei Punkte. Also, für die Antworten. Klar, das ist dann ... Die drei Punkte-Fragen sind natürlich schwieriger als die ein-Punkte-Fragen. Und dann gibt es noch ... Special. Das hieß bei dem Spiel, ist das Einberufen des kleinen Rates. Wir haben das einfach Special-Fragen genannt. Ja. Für die gibt es zwei Punkte. Nein, vier Punkte. Um das Special-Liga zu machen. Nee, wir machen zwei Punkte. Für die Dramaturgie sind vier Punkte schöner, ich sag's euch. Ja, aber wir machen zwei Punkte. Du weißt ja, Dramaturgie-Schmatt. Ich glaub, der Kerl hat sich nämlich auch was dabei gedacht mit der Punkteverteilung. Was aber keinen Sinn macht ohne das Spielbrett. Daher können wir uns das selbst ... Die Frage ist, bei 75 Punkten haben wir einen Gewinner. Die Frage ist, was muss der Verlierer tun? Erstens mal, ich hasse das, dass man weiß, dass man Recht hat, aber gegen mehrere Menschen dann angehen muss. Ja, das nennt man Demokratie. Ja, und man merkt, wie gut Demokratie funktioniert. Demokratie ist die Herrschaft der Dummen. Wow. Demokratiefeind Alper Turfan. Nein, 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 ich sag, es gibt die Herrschaft der Dummen. Ich hab die Bezeichnung mal vergessen. War echt dumm. Idiocracy. Ich weiß es nicht. Aber es gibt die Herrschaft der Dummen. Ja, nein, nehmt das nicht ernst. Das war nicht ernst auf politisch gemeint. Das war ein Witz. Regimestürzer Alper Turfan. Was sollen wir tun für den Verlierer? Der Verlierer? Der muss ein Regime stürzen. Der muss alle vor den Game of Thrones schauen. Zur Rückkehr. In einer Nacht. Ja, wir haben zwar gar keine Bestrafung. Oder es muss eine Bestrafung geben, weil es ist super boring. Ich hab was. Ich hab was Richtiges, was demjenigen wirklich peinlich sein wird. Das Problem ist, das könnte auch den anderen peinlich sein. Gut, dass ich nur der Host ... Dann schlag mal was vor. Oh, okay. Das müssen wir tatsächlich irgendwie drehen mit einer ... Der Verlierer muss den Eid der Nachtwache abschließen. Das heißt wirklich, sich den Text merken ... Weißt du, wie cringy das ist? Das ist richtig cringy für denjenigen. Gut, dass ich da raus bin. Wie wär's damit? Also er muss tatsächlich ... Aber wenn Alper verliert, dann muss er's machen in seinem Jon Snow Kostüm, das er hat. Das ist jetzt alles leider zu aufwendig. Aber wir können einfach so ... Wie wär's das, wenn man Eid der Nachtwache, aber den Doom sprich? Wie wär's damit? Und nackt. Was haltet ihr davon? Eid der Nachtwache? Verlierer? Können wir machen. Okay, komm, machen wir. Schauen wir mal. Das ist mir jetzt schon so unangenehm. Ja. Alle haben die Regeln inzwischen vergessen. Wir spielen jetzt das gute Game of Thrones-Quiz. Es heißt Game of Questions. Und bis 75 geht's. Und wir fangen an mit einer Special-Frage oder einer Solo-Frage an. Du bist ja ein Game Master. Dann fangen wir jetzt mit ... Wir fangen an mit der ersten Fragenkategorie ... Erst der Fragenkategorie Nummer eins. Achso, genau, das hat man, glaub ich, noch nicht erzählt. Das sind Buzzer-Fragen. Wer buzzert hier mit welchem Buzzer? Buzzer mal Jonas. Die Kuh. Meinst du? Der Klassiker. Natürlich der Reudige Köter. Ja. Wir fangen jetzt an. Aber, stopp, dazu muss man sagen, die Special-Fragen sind nicht nur Buzzer-Fragen. Das sind auch Schätzfragen und Auflistungen und so weiter. Genau. So wie bei unserem tollen, besten Quizformat aller Zeiten. Ja. Hund aufs Herz. Aufs Herz. Okay. Es geht los, es geht los. Achso, ja. Hand neben den Buzzer. Hand neben den Buzzer? Ich bin schon nervös. Nervös. Frage eins. Wie lauten die Worte des Hauses Tully? Des Hauses ... Jonas. Familie, Ehre, Pflicht? Ja, die Reihenfolge stimmt nicht ganz, aber ich lasse es gelten. Ja! Das ist ein Punkt für Dr. Jonas Ressel. Was wir nicht bedacht haben, ist, dass wenn man mal was nicht weiß, dass man seine Autorität als Game-of-Thrones-Experten von YouTube komplett untergräbt. Das wussten wir doch, was passiert. Aber es kommt ja auch noch die Nervosität dazu und das Lampenfieber. Also ... Ja. Okay. Wir kommen jetzt zur Kategorie Nummer zwei. Wie heißt noch mal dieser kleine Mann? Das war ein Scherz. Okay. Jonas Penis. Haha! Okay, los geht's. Das ist der neue Spitzname von Jonas Glied. Jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, was erschreckend oft passiert, wir nennen es einfach Tyrion. Achso. Ich dachte, der kleine Mann. Und in Hausach ist das der kleine Mann auf der Straße, weil er immer draußen. Naja. Okay, jetzt kommen wir zur Kategorie Nummer zwei. Es sollte angeblich ein bisschen schwieriger werden. Welches ist der Sitz des Hauses Baratheon? Ich behaupte, der Hund war schneller. Das muss er entscheiden. Ich behaupte, die Kuh war schneller. Nein, der Köter war schneller. Sturmkapp. Das ist korrekt. Zwei Punkte für Professor Alpertoma. Dankeschön. Ich behaupte, das gibt nur einen Punkt. Wir kommen zur Kategorie Nummer drei. Ich behaupte, du bist ein Hurensohn! Das heißt, ihr seid ein Hurensohn. Ich find's schön, dass so was einfach bei uns mittlerweile ignoriert wird, nicht mehr kommentiert wird. Achtung, seid ihr bereit? Ja. In welcher Obwut gelangen, befinden sich in Staffel eins Daenerys und Viserys? Ich hab ... Dr. Jonas Ressl? Illyrio Mopatis. Das ist vollkommen korrekt. Aber das ist ja nicht ... Also, kam die Frage jetzt nicht so schwer vor. Nee, ich hab's ja nicht gemacht. Ich hab auch den Anfang nicht verstanden, akustisch. Sorry. Alles gut. Na gut, du ordnest. Das find ich gut. Okay, wir kommen jetzt zur Special-Frage. Pass auf. Pass auf. Du musst das so, ja. Pass auf. Da hat sich der liebe Herr Kjell auch sehr viel bei gedacht. Tatsächlich. Er und seine fantastischen Freunde. Oh, 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 oh. Du musst natürlich immer sagen, was es ist. Okay. Das ist ... Das können wir uns ausdenken, ob wir das jetzt aufschreiben. Wir machen's mit aufschreiben. Aufschreiben. Okay. Gerne. Aber wir machen's ein bisschen special. Scheiß mal auf 65 Punkte. Es gibt für jeden einen Punkt. Okay. Das sind viele Punkte. Finde ich gut. Es gibt viele Punkte. Ja, finde ich gut. Achtung. Nennt alle Maester, die in der Serie vorkommen oder erwähnt werden. Es vergeht jetzt ein bisschen Zeit, während die Jungs angestrengt überlegen, welche Maester in der Serie erwähnt werden und nicht in den Büchern. Wer sich hier blamiert, der steht da als der dümmste Mensch der Welt und darf nie wieder Game of Thrones gucken. Das wär die Strafe. Man darf nicht sofort Game of Thrones gucken. Die Staffel 8. Ja, Staffel 8. Ein Monat. Ein Monat. Oder man muss alle Spoiler lesen. Das wär natürlich auch lustig. Okay. Wer zuerst fertig ist, schreit und setzt damit das Ende. Wenn ihr nicht fertig fährt, setzt sich eine Zeit. Wieso bin ich so nervös? Ich kann das einfach nicht fassen. Weil deine Kompetenz auf dem Spiel steht. Das ist der Spacko. Ach Gott. Ich geb euch noch eine Minute. Ja. Zählen eigentlich die Maester aus Westeros, die Welt von Eis und Feuer, dem Werk? Nee, Serie. Nur aus der Serie? Ja. Nix Buch. So eine Scheiße. Und er streicht da alle weg. Nix Buch. Maester Alfie zählt auch nicht. Wenn ich jetzt Stopp sagen, muss Alfie auch Stopp machen. Das ist eine gute Regel. Okay, Stopp. Hast du alle? Nö, ich hab nicht alle. Dann darfst du nicht Stopp machen. Natürlich nicht. Soll ich mal anfangen? Weil ich das sehe und das ungültig ist. Okay. Seid ihr dann durch? Ja. Maester Luwin. Maester Luwin hab ich auch. Ja. Das ist korrekt. Ein Punkt für beide. Das ist schön. Nächster. Natürlich Parcell. Das ist korrekt. Hab ich auch. Er ist ein Grandmaster. Ein Großmeister. Das, ja. Ja. Qyburn. Fuck, den hab ich vergessen. Hast du nicht? Wobei, da ist eigentlich kein Maester, ne? Ja. Kyburn steht hier drauf. Das ist halt die Frage. Wer steht hier drauf? Erzählt. Ein Punkt für Alper. Aber da hat er schon recht. Das ist kein offizieller Maester. Aber hier steht's auf den Karten drauf. Die Karten ist schön. Die Karten lügen nicht. Wer ist da ein Supermeister? Dann mach ich Maester Wolkan. Stimmt. Hast du den auch? Hab ich nicht, leider. Okay. Und? Ähm, ich hab noch Maester Crescent. Ja. Hab ich nicht. Das ist korrekt, Jonas. Hast du noch jemanden? Nein. Ich hab noch Maester und nichts hingeschrieben. Weißt du, wie wir vergessen haben? Sowas, was weh tut? Okay, pass auf. Den, äh, den Lehrer von, äh ... Samwell. Samwell. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Okay, es geht Großmeister Percel, Ludwinn, Wolkan, Crescent. Mhm. Eamon. Eamon, das war's. Oh! Eamon! Oh! Ich hab nämlich, ich hab grad auch so lange gebraucht, wenn mir einfach Eamon der Name nicht eingefallen ist. Das ist ärgerlich. Ja. Kaliotte? Kaliotte? Kaliotte. Weiß ich jetzt leider eigentlich auch nicht mehr. Heißt der Pylos? Pylos. 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 Kaiban. Ebros. Sandu. Ebros! Ebros hätte ich wissen können. Jetzt kommts, ey. Chi-Wai-Tan. Zeig mal. Chi ... Chi. Okay, das sieht aus wie ein ... Wie ein ... Wie ein Valyrischer? Wolarek. Und Geradis. Okay. Wie versteht's denn jetzt? Okay, es steht. Fünf Punkte hatte der Rette Alper. Und acht Punkte Doktor Jonas Ressel. Ich hab ihn nur gefragt, wenn ich gesehen hab, dass ich mehr weiß. Ach so. Ach so. Jetzt geht weiter. Wir machen weiter. Jetzt hat er gebuzzert. Eine Buzzerfrage in der Kategorie einen Punkt. Jonas. Der hat er glaubt an die sieben. Das ist korrekt. Das war zu einfach. Das ist ja auch nur ein Punkt. Ja. Aber er zieht trotzdem damit fort. Wir gehen weiter. Kategorie zwei. Zwei Punkte. Wie heißt die Frau von Stennis? Alper. Elis. Das ist falsch. Nein. Wie heißt die? Jonas, eine Chance für dich. Äh ... Du bist gesperrt mit der falschen Antwort. Scheiße, ja. Dr. Jonas Ressel, wissen Sie es? Selis. Scheiße. Jonas, heißt es? Du hast mir grad die Antwort gesagt. Fünf. Vier. Das ist korrekt. War nicht Elis? Es war Selis. Das sind zwei Punkte für Jonas. Dr. Jonas Ressel. Übrigens, ich hab ... Mach dann immer zehn oder ne neue Drinks, dann kann man das besser so rechnen. Stimmt. Ich möchte ... Ich möchte anmerken, ich dachte, das wird so wie Hund aus jetzt. Nein, ich bin viel nervöser. Wenn du was zu verlieren hast. Du kannst jetzt nachziehen, aber nicht überholen. Achtung. Für drei Punkte. Wie lauten die Worte des Hauses frei? Nein! Haha, ich weiß es. Together we stand. Weiß das auf Deutsch? Ähm ... Gibt's trotzdem Punkte. Wir stehen zusammen? Naja, ich lass es mal gelten. Steht verbunden. Hm. Das sind drei Punkte für. Es ist aber auch nicht, ähm, together we stand. Ich glaub, es ist standing together. Nicht? Das müssen wir verifizieren. Eigentlich schon ein bisschen schwierig. Das ist jetzt eine Problematik. Ich kann es nachdenken. Aber was ist, wenn es standing together ist? Dann würde ich, äh, hier ... meckern. Die anderen gibt's keine Punkte für. Haus Frey ... Words, oder was ist das? The Words. Ja. The Words. Es ist ... Sekunde. Ich steh jetzt natürlich nicht hier dricks. Im Wiki. Es ist ... Es ist ... Oh, aber warum ist das jetzt hier auch nicht? Spannend. Oh, das beste, wer uns rausfinden will. Sorry, macht mal ... Es ist ja, glaub ich ... Redet mal ein bisschen über Haus Frey und über ... Ja! Ein tolles Haus, das auf den Eisernen Thron gehört. Irgendwie, äh ... Jonas, deine Antwort. Was ist mit meiner Antwort? Ich glaube, es ist ... Das steht ja auch nicht in den Wikis, in denen ich grade gucke. Ist es nicht eins dieser Worte, eins dieser Mottos, die nicht hundertprozentig bestätigt sind? Ja, genau. Ja. Also, eigentlich, ne? Lieber Kiel. Oh, oh, oh. Haus Frey. Ähm ... Was ist denn das ... Motto? Was ist denn das englische Wort? Slogan? Slogan. Der Advertising-Slogan von Haus Frey. Ähm ... Ja, muss ich nachgucken, ehrlich gesagt. Okay. Aber Punkt Fionas. Ist ein bisschen schwierig zu finden, aber da würde ich tatsächlich eher ... Er war dran. Er war dran. Die sagen einmal in der Serie wohl, we stand together. Aber ... Es gibt tatsächlich, glaube ich, der ... Der Spruch, der Phrase ist noch nicht ... Kanon, ist noch nicht offiziell bestätigt. Aber in der Serie. Es ist ja ein Serien-Quiz, wenn ich das sehe. Okay. Na gut. Okay, das sind drei Punkte. Wir kommen zu einer neuen Special-Frage. Lassen wir's mal gelten. Du bist hier auch nicht der Quiz-Master, ne? Dann lass uns wir mal. Ja, ich mecker nicht. Okay. Wie viel steht's denn? 13,5, ne? Wow. 14. 14,5, sorry. Aber keine Sorge. Du kannst noch gewinnen. Ja, dieser Frage. Was ist es denn? Schreibt auf. Mhm. Nennt die Titel von Daenerys Targaryen. Ach, heils Maul. Also, geht auf Englisch? Äh ... Okay. Das ist eine ... Das müsste man halt auch komplett auf Englisch mal nachchecken. Hm. Ja. Marius, du musst ein bisschen moderieren. Ja, hey, hey, hey! Leute, Leute, schaut an, wie sie fleißig schreiben. Wer jetzt hier versagt, gilt weiterhin als ... Der Knecht von Westeros. Boah, ich muss ... Ich kann so ... Wenn ich schnell schreibe, dann kann ich's ... Selber nicht lesen. Nee. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer denkt, ihr habt die schönste Schrift von den beiden? Ich kann ... Ich kann sagen, dass beide furchtbar sind. Allerdings. Jonas schreibt eigentlich immer winzig, klein und krakelig. Ein Alper krackelt wild über alle Seiten. Ich schreibe eine riesige Schrift, ich schreib immer groß. Das ist ein Schriftbild aus der Hölle. Das ist ganz witzig. Ich hab eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich hab zehn Zeilen passend so bei mir auf eine Seite. Hast du alles? Äh ... Mir fällt grad, glaub ich, gar nichts mehr ein. Jonas, wie sieht's bei dir aus? Ich geb dir noch ... Sekunde, ich sage Stopp. Ich geb noch 20 Sekunden. Bist du auch fertig, Jonas? Nein, ich sage Stopp. Das haben wir grad eben ausgemacht. Nee, ab jetzt geb ich Zeiten. Das ist doof. Ihr fuddelt ja direkt. Ihr seid einfach nicht ehrlich. Ihr seid einfach nicht ehrlich. Okay. Jonas, fang noch mal an. Sturmgeborene. Stormborn. Oh Gott, das hab ich nicht. Wieso hab ich ... Wie heißt es auf Deutsch? Hat er doch grad gesagt. Nee. Das ist falsch. Der Stormborn. Deiner ist Sturmtochter, wär richtig gewesen. Sturmtochter ist es auf Deutsch. Du lässt es jetzt nicht gelten, wenn ich das Deutsche nicht weiß. Ich würd's gelten lassen. Das ist im Englischen korrekt. Ich kann's dir auf Englisch sagen und auf Deutsch. Ich schenke ihm den Punkt. Du hast gelten. Ich schenke dir den Punkt. Ich bin grad mit dir. Was richtest du dich denn hier gegen mich? Alpha, was hast du für einen Titel? Khaleesi. Khaleesi. Khaleesi hab ich auch. Das ist ... Oder vielleicht auch Khaleesi des großen Grasmeers. Ja. Das ist korrekt. Punkt für beide. Okay. Dann hab ich noch Mutter der Drachen. Mutter der Drachen hab ich ebenso. Punkt für beide. Jetzt hab ich noch Sprengerin der Ketten. Das hab ich auch. Das ist korrekt. Dann wird sie auch gerne die Unverbrannte genannt. Das ist auch korrekt. Die Unverbrannte hab ich leider nicht. Ich hab aber Königin der Andalen der Ersten Menschen. Das stimmt. Und? Der Ersten Menschen. Und? Der Andalen der Ersten Menschen und ... Und der ... Ich sag nix. Ist nicht komplett? Der Andalen der Ersten Menschen und ... Der Rhäuner? Ja. Okay. Na gut, macht Sinn. Hast du's auch? Nee, das hab ich nicht. Protektorin des Reiches. Beschützerin des Reiches. Hast du's? Jonas? Hab ich nicht, nee. Okay. Okay, und dann hab ich noch ... Nee, das sag ich nicht. Das ist frauenfeindlich. Ich hab mir auch da nichts sonst aufgeschrieben. Das machen wir in den nächsten verbosenen Podcast. Ich hab nix mehr. Okay, pass auf. Daenerys aus dem Haus Tageria, die erste ihres Namens. Die erste ihres Namens hätte gegolten? Ja. Königin der Drachenbucht, Königin der Andalen, der Ersten Menschen und der Rhäuner, die Unverbrannte Regentin der Siebenkönigslande, Beschützerin des Reiches, Mutter der Drachen, und Springer in der Ketten, Khaleesi und Herrscherin des Großen Grasmeeres, Khaleesi und Herrscherin des Drotharkischen Meeres und Daenerys Sturmtochter. Ja, Sturmtochter. Okay, das ... Sturmborn! Es steht! Aber was ist mit Dings? Was ist mit ... Jetzt setzt es doch das Frauenfeindliche? Allein das Wort Drachenbucht ist ja schon ein kleiner Spoiler. Ist das nicht ... Müssen wir eine Spoilerwarnung aussprechen? Ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Gut. Ja. Na gut. Es steht. Zehn Punkte hat Alper. Mhm. Und sage und schreibe 19 Punkte Doktor. Jonas Ressel. Okay, wir kommen wieder zur Kategorie Hände an die Buzzer. Ich mag dieses Spiel nicht. So heißt die Kategorie offiziell. Hände an die Buzzer. Hände an die Buzzer. Jetzt kommt eine Ein-Punkte-Frage. Jonas Buzzer sind keine kleinen Kinder. Oh! Oh! Das sagst du bloß, weil du grad so verlierst. Das musst du ein bisschen ... Stimmt. Das war ... Achtung, Achtung. Für einen Punkt. Nennt mir. Wie heißen die Brüder von Stannis? Alper? Renly und Robert. Das ist korrekt. Robert. Ein Punkt für dich. Kleiner Mann. Ich hab den Punkt mal geschenkt. Oh! Natürlich. Wusstet ihr, dass Renly, der offizielle ... ganz viele Superhelden-Comic-Figuren erfunden hat in der Welt von Eis und Feuer? Ja. Jetzt kommt irgendwas mit Stan Lee und Renly. Das war der Witz. Okay. Okay. Für zwei Punkte. Beantworte mir diese Frage. Wer ist zu Lebzeiten von Tywin Lannister Oberhaupt des Hauses Mattel? Doran Mattel. Doran Mattel. Kannst du den ganzen Namen sagen? Kriegst den Punkt trotzdem, also die zwei Punkte trotzdem. Doran Numerus Mattel? Das ist korrekt. Jonas! Das sind zwei Punkte. Fürst! Doran Mattel. Aber das ist nicht sein Name. Er heißt nie Fürst. Doch, er heißt Fürst. So, Alper. Jetzt wird's Zeit, dass du mal eine drei Punkte Frage beantwortest. Ja, es wird Zeit, dass ... Ich weiß nicht, warum Jonas so gut ist. Weil Jonas ein Streber ist. Ah, es kann ein bisschen schwierig werden, weil ... Okay. Werde nur auf Englisch genug gehört, ist jetzt im Nachteil. Mhm. Von wem stammt folgendes Zitat? Was passiert wohl, wenn das Verbrauchte auf das Nichtvorhandene trifft? Was passiert wohl, wenn das Verbrauchte auf das Nichtvorhandene trifft? Jonas. Peter Baelish. Das ist falsch. 20 Punkte Abzug. Was passiert wohl, wenn das Verbrauchte auf das Nichtvorhandene trifft? Ich sage, es ist ... Ich hätte nicht mal gedacht, dass es aus der Serie ist. Es ist Mormont an John. Es ist falsch. Soländer zu Varys. Okay. Ich weiß nicht, wann, wo und wie. Sorry. Okay, wir kommen wieder zu einer Spezialfrage. Spezialfrage! Es ist ... Special Time! Okay, okay. Wer gefällt das Spiel grad überhaupt gar nicht? Nee, überhaupt nicht. Es ist eine Buzzerfrage. Das Witzige ist, ich hab gleich einen Zahnarzttermin, eine Wurzelbehandlung und darauf freu ich mich grade. Ja. Es ist eine Buzzerfrage, für die es zwei Punkte gibt. Okay. Wie viele tausend Jahre vor den Ereignissen wurde die Mauer angeblich erbaut? Alper. Achttausend. Das ist korrekt. Jawoll. Kann sich ganz schön gut in der Geschichte aus, ne? Wann war der Erste Weltkrieg? Gester? Äh, 1914 nach Aegons Eroberung. Aber die Formulierung vor den Ereignissen, also damit ist gemeint, was grade in der Serie passiert, ne? Ja, ungefähr. Die Ereignisse. Ich hab 8000 vor. Ähm, aber ... Funfact. Dazu noch eine kleine Sache. Das Witzige ist ja, dass ich mich mittlerweile hauptsächlich mit der Vorgeschichte auskenne, weil ich Westeros so liebe, den Band. Und die Bücher sind bei mir tatsächlich so sechs Jahre her, dass ich sie gelesen habe. Ja. Tja. Na gut. Ihr könnt euer Mitleid für Alper gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Wie steht's? Ich würd's gern noch mal ... Ach so. Nee, das machen wir nach der Frage. Ein Punkt gibt es für die Beantwortung dieser Frage. Wie heißt der Vater von Samuel? Jonas. Randall Talley. Das ist korrekt. Ein Punkt für ... den Streber aus Hausach. Das Arschloch. Also ich mein nicht Jonas, sondern ... Hausach. Nein, ich mein Randall Talley. Randall. Ja, ist ein Arschloch. Wie heißt der auf Deutsch? Randül. Randül. Randgülle. Ich weiß tatsächlich mal. Wie heißt der hübsche Prostituierte von Lord Peter Baelish? Wie heißt der hübsche Prostituierte von ... Ich hab keine Ahnung. Ich weiß, wer es ist, aber ich hab keine Ahnung. Wer ist denn gemeint? Der Blonde, der was mit Loras anfängt. Ach so. Na? 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 Keiner weiß es. Ich ... Ich sag ... Da riskiert das. Alfred. Ich sag einfach, er heißt auch Lenzel. Nee, ist Oliver. 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 Okay, pass auf, wir verhärten die Regeln ein bisschen. Wer hier falsch rein buzzert, ist für die nächste Frage gesperrt. Was? Nein, das ist echt Quatsch. Das ist Quatsch. Das ist zu hart. Und wisst ihr, was auch hart ist? Der Ständer von Oliver. Okay. Okay. Jetzt gibt's drei Punkte. Ach, das war eine Zweier. Das war eine Zweier. Das war eine Zweier. Das war eine Dreier. Das war eine Dreier. Weiter, was jetzt kommt. Weißt du, wer auch schon viele Dreier hatte? Oliver. Mhm. Das wissen wir nicht. Wow. Ist nicht Kanon. Okay, okay, okay. Bitte. Von wem stammt folgendes Zitat? Och. Die Liebe tritt über die Augen ein. Aber. Ich sage einfach mal, ich weiß es nicht, aber ich rate Varys. Das ist falsch. Scheiße. Jonas, eine Chance in fünf. Caitlyn Stark. Das ist auch falsch. Peter Baelish? Nee. Okay, wer ist es? Dorea, Dienerin von Khaleesi. Ah, okay. Meinst du, wenn der Freudensaft über die Augen läuft und dann unter die Augen lieder gebrannt? Das finde ich witzig. In den Büchern teilt sie, teilt Daenerys das Bett mit ihren Dienerinnen. Übrigens auch, Cersei hat ... Es gibt auch diese Hot-Szene, wo sie in die Liebe eingeführt wird von ihrer Dienerinnen. Mhm. Okay. Cersei hat auch was mit einer anderen Adling aus. Wow, Cersei. Okay. Sweet love. Okay, wir kommen zu einer Special-Frage. Sweet iron love. Eita. Schreiben? Es ist eine Schätzfrage. Bitte schreibt die geschätzte ... Zahl, die jetzt kommt, auf. Der Geschlechtspartner von Tyrion Lannister. Also, es steht ja auch Staffeln, Figuren, alle. Bis jetzt. Also, es geht auch um, wenn kleine ... Du weißt es nicht, ne? Was ist denn, wenn Armeen fallen? Alles, was du onscreen siehst. Alles, was man onscreen sieht? Ja, wenn eine große Schlacht ist, dann sterben viele Menschen. Okay, also, tatsächlich kann man ... Muss man von Kriegen ausgehen und Blackwater Bay und so was und dann ausrechnen, wie viele Leute da gestorben sind. Massenweise. Wie viele man sieht, oder? Oder wie ist die Frage? Zusehen. Wie viele Tode waren bisher? Nur zu sehen. Ja. Aber was ist zum Beispiel, wenn ein Schiff in die Luft gejagt wird? Dann wird das vielleicht hochgerechnet, ich weiß es nicht. Wird das Saitas dann dazu? Ich weiß, ich hab die Frage nicht gemacht. Aber dann schau doch auf die Zahl. Ich weiß, aber das könnte so oder so sein. Finde ich. Schätz mal eine Zahl. Ich hab ... Wie viele Leute sterben da onscreen? Onscreen. Mit den Armeen. Mit Battle of Busters. Und so weiter und so fort. Mit Hardtime. Und ... Ist halt die Frage ... Komm, ich geb noch 20 Sekunden für die Zahl. Du weißt leider auch nicht, welche Staffel das ist. Doch, bis alles aktuell, würd ich sagen. Okay, okay. Ich hab ... soll ich sagen? Ja. Ich hab 83.458. Ich hab 8000. Na jo, das ist süß. Na jo, das ist süß. Ich hab das zehnfache von dir. Es sind 150.966. 150.000, okay. Ich glaube, deswegen Armeen ... Ja, aber es gibt ja Totalen, wo Leute scharenweise sterben. Aber das ist ... Ich hab ... Es gibt ja auch so Bodycount-Videos. Und dann überschätzt man mal immer wieder, wie wenig das dann eigentlich doch sind. Das hab ich eher ... Okay. Ähm ... Es steht ... 13 Punkte für Alpa. Ist Bodycount nicht auch eine Band? Und 22. 22 für Doktor. Wie viel steht's? Sorry, noch mal. 12? 13 zu 22 für Jonas. Bodycount ist die Band von Ice-T. Stimmt. Das ist übrigens die ... Das sind die ... ähm ... favorisierten Alter der Liebespartner von uns. Nur umgekehrt. Ich wollte den gleichen Witz auch machen. Das ist sehr gut. Fest. Sehr gut. 22, 13. Ich hab das Gefühl, wir sind irgendwie so humortechnisch in so eine Sackgasse gelaufen in den letzten Jahren. Ja, wir sollten uns ein neues ... Wir sollten neue Running Gags überlegen. Irgendwas, so was ... Mathematikerwitz oder so was. Weißt du, was kein Running Gag ist? Was? Okay. Es geht. Hast du nicht verstanden? Nee. Alper, du musst ... Der kann nicht laufen. Du musst dich mehr auf die Inhalte von Game of Thrones konzentrieren, sonst verlierst du hier. Okay. Ist das der Punkt der Stand? Ich hab nicht ganz mitbekommen. 22 zu 13. Für wen? Für mich? Für Jonas. Was? Was? Oh Gott, da muss ich diesen scheißen Nachtwache-Spruch aufsagen. Ich glaub, du findest es noch mal in der Stufe Panna ... Panna ... Panna-Kotter. Eigenmächtig ändere ich die Punktevergabe für diese. Es gibt pro richtige Antwort einen Punkt. Okay. Was ist das für eine Frage? Es gibt mehrere Antworten. Ja. Okay. Aber wie machen wir's damit? Ihr schreibt ja. Okay. Okay. Wessen Krönungen in Königsmund haben wir bisher gesehen? In der Serie. In der Serie? Weil im Buch kann man's ja nicht sehen, weil ... Ja, weiß ja. Hm. Schwierig. Ist das schwierig? Bin gespannt, wer das alles hätte wissen können. Auch natürlich ein Spoiler. Ja. Ja. Alles ist Spoiler hier. Hm. Schwierig. Welche Krönungen? Krönungen in Königsmund. In Königsmund. Gesehen. Das ist eine wichtige Info. Mhm. Das ist ja eigentlich ... Gibt's da ... Ach so. Jonas wurde auch mal im Schwarzwald gekrönt. Ach so. Zum Bübele des Monats. Mit einem ... Weil er die meisten Tannen gefällt hat. Mit seinem Knüppel. Mit dem kleinen Mann. Ja, also eigentlich ... Mit dem kleinen Mann. Dann sag ich mal Stopp. Ja. Alles klar. Alper? Dann haben wir Joffrey. Den hab ich auch. Wir haben Tommen. Den hab ich auch. Wir haben Cersei. Den hab ich auch. Und in der ... Vergangenheits ... In dem Flashback sieht man auch die Krönung von Aeris II. Das ist die Krönung? Bin mir nicht sicher. Nee, das war nicht die Krönung, aber man sieht Aeris II. Es sind drei und das sind drei Punkte. Okay. Also es waren die drei. Ich hoffe nicht, ob Marjorie auch noch so eine Krönchen als Königin bekommen hat. Nur ein Sperrmarkrön. Oh! Ist vielleicht ... Sekunde. Ist vielleicht Daenerys im Haus der ... Nein. Da wurde sie nicht? Ja, aber es geht im Königsmund. Die ist aber auf jeden Fall in dem Königssaal. Ja, aber der ist kaputt und da fällt Schnee um. Nee, da wird die nicht gegrönt. Ja. Mit Schnee wird die auch gegrönt. Ja. Die kokst. Okay. Zwei Punkte. Angeblich. Okay. Achtung, Achtung, Achtung. Was? It's a Buzzerfrage. Okay. Jetzt hab ich's verstanden. Was schenkt Tyrion Lannister Brandon Stark, als er das zweite Mal auf Winterfell ist? Jonas. Ein Rollstuhl. Was? Das ist falsch. Also ein Plan für einen Rollstuhl. Das ist falsch. Also nicht für einen Rollstuhl. Ach, scheiße. Alper. So eine Befestigung, so eine Reithilfe. Das lass ich gelten. Pläne für einen Sattel. Ja. Reithilfe ist es. Ja, Sattel ist eine Reithilfe. Das meinte ich und hab Rollstuhl gesagt. Ja. Ist doch kein Rollstuhl. Äh, zwei Punkte. Dankeschön. Okay. Es gibt drei Punkte für die nächste Frage. Freut euch auf die Kommentare von wegen, ich hab alles gewusst. Jede einzelne Frage. Ja, auf jeden Fall. Okay, das buzzern wir jetzt mal. Drei Punkte, ne? Genau, drei Punkte. Welche Waffen benutzen die drei Sandschlangen? Jonas. Ähm, eine Peitsche. Ja. Einen Speer. Und einen Rollstuhl. Und äh, Dolche. Das ist korrekt. Das ist super korrekt. Gift hätt's noch bei den Rollstuhl gegeben. Da gibt's drei Punkte für. Ja, Gift benutzen die alle. Oh. Sexgift. Vor allem die giftigen Blicke. Sexgift. Oh Gott. Wir kommen wieder zu einer Special-Frage. Spelischl-Flaggle. 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 Aufschreiben. Okay. Aufschreiben. Auflisten? Ja. Es gibt eine Auflistung, wer die meisten hat. Ja. Es gibt wieder pro ... richtige Antwort einen Punkt. Ach, halt dein blödes ... Ich hab das Quiz nicht gemacht. Ja, das ist ... Ich bin nur der Bote. ... ein Witz. Die man sieht? Nee. Alle Personen des Hauses Tully. Ich weiß nicht, ob in den Büchern dann noch irgendwie so ein Riesen-Stammbaum ist. Ich kann das nicht beantworten. Ich geb noch mal den Punktestand jetzt durch. Es steht übrigens 18 zu 28. Ja. Oh Gott. Das ist tatsächlich ... Ich geb euch noch ... Der Kjell, der hat's mit der Familie Tully. Der liebt die Tullys. Ja, der mag die Tullys. Ich geb euch noch 15 Sekunden. Ja, so was ... A day calling? Ja, kann man machen. Stopp. Ich hab nicht so viele, leider. Okay, pro richtige Antwort ein ... Ich hab Hoster Tully. Das ist korrekt. Das ist Catelyn Starks Vater, ne? Ja. Ja. Einen Punkt für Jonas. Nicht dran gedacht. Nächster. Willst du den nächsten? Catelyn. Catelyn Stark, ja. Das ist korrekt. Ein Punkt für beide. Schwester. Lisa Aaron. Ja. Lysa. Einmal lügt jetzt. Einmal sag immer, ja, ja, hab ich, hab ich. Das kann ich nicht lesen. Das kannst du nicht lesen? Doch, ich kann's lesen. Einen Punkt für beide. Dann hab ich ... Das ist dieser Name, den ich immer verwechsel. Edmure. Edmure Tully. Edmure Tully hab ich auch. Das ist korrekt. Ein Punkt für beide. Dann hab ich Brindon Tully. Mhm. Blackfish. Blackfish. Das gilt. Ja. Dann hab ich theoretisch, da bin ich jetzt gespannt, ob das gilt, hab ich noch Robin, den Kleinen. Steht hier nicht drin. Er ist ja ein Aaron, ja. Ich hab noch angeheiratete Zähne. Rosalyn Frey. Die hab ich auch. Rosalyn Frey. Wo? Wo der? Hier. Hopper. Hab ich nicht grade geschrieben. Das steht Josalyn. Das soll ein Er sein. Josalyn! Das soll ein Er sein! Ich muss das als Spielleiter ... Das soll ein Er sein! Wow, das ist so jottig, aber ich ... Komm, ein Punkt. Josalyn! Josalyn. Einfach, lass ich mir gelten. Okay, habt ihr noch einen Namen für mich? War das jetzt nur wegen ihr ... Okay, ach, da sind noch mehr. Schieß los. Okay, äh ... Oster? Den haben wir. Ja, ich zähle noch alle auf. Kannst du nicht die auch zählen, die wir noch nicht genannt haben? Die hab ich vergessen. Brinton, Caitlyn, Edmour, Lyser ... Lisa, Lyser. Ja. Minissa, Frau von Hostel. Okay. Rosalyn und Sohn von Rosalyn und Edmour. Da hat aber anscheinend keinen Namen. Sohn von Rosalyn? Steht hier. Hier steht kein Name. Oh, was ist dein Name? Mein Name ist Sohn von Rosalyn. I'm the son of Rosalyn. Okay, es geht weiter. Es gibt wieder einen Punkt zu holen. Ich bin der Rosalyn born. Alper, wenn du jetzt alle einer Fragen gewinnst, dann verlierst du. Wie viel steht's denn? 23 zu ... Äh ... 34. Oh Gott. Ein Punkt, Alper. Mhm. Holt dich ganz nah ran an Dr. Jonas Ressel. Wer hätte eigentlich anstelle von Eddard Stark Lord von Winterfell werden sollen? Brandon Stark. Da ist es korrekt, Jonas. Das war einfach, Alper, oder? Das war richtig einfach. Ich bin so langsam. Bei Normalen muss er das immer so schnell. Alper, erst buzzern, dann denken. Ja, genau. Mach dein normales Hund aufs Herz im Modus. Was? Das ... So. Achtung, für zwei Punkte. Von wem stammt folgendes Zitat? Jonas! Catelyn Stark? Das ist falsch. Fuck! Aber es wird zu Catelyn Stark gesagt, ich weiß es nicht. Nein, nein. Es steht ja nicht. Okay. Ich sag Peter Baelish. Ist falsch. Ist auch falsch. Dann darf ich raten, ohne Punkte. Ja, ohne Punkte. Cersei? Nee. Du darfst auch noch einmal raten für nichts. Äh, Tyrion. Ja. Tyrion zu Cersei? Steht nicht, zu wem. Aber zu irgendeinem, der Kinder hat und sexy war ich noch nicht. Wahrscheinlich, weil er wirft ihr ja auch immer vor, dass sie mit allem und jedem ins Bett steigt, was ihr auch tut. Ihr seid beide gesperrt für die nächste Frage. Und ihre Kinder liebt. Ja. Drei Punkte, drei Punkte. Oh, was? Boah. Das macht gar keinen Sinn, was ich gesagt habe mit Peter Baelish. Es gibt, ähm, einen Extrapunkt. Mhm. Äh, aber da wird ihr wahrscheinlich sehr drauf kommen. Wer schlägt Jamie die Hand ab? Ah, dieser Name. Du kommst nicht drauf? Jonas? Lock. Ja. Und es gibt noch einen extra zu holen, denn im Buch ist es jemand anders. Nämlich ... Der hat einen doppelten ... Beziehungsweise drei Punkte für Jonas. Äh ... Fuckbäume. Fuckface. Es gibt noch mal drei Punkte für diese Antwort. Oh Gott, wie hieß der? Fuckface ist falsch. Fuckface. Nee, ist falsch. Fuck und dann zweites Wort. Nee. Äh ... Komm, denk nach. Äh ... Natürlich hab ich's gelesen. Hugo ... Hugo Weaving. Hugo ... Ario Hotter. Ario Hotter war ich auch. Das ist so eine Art ... Wort ... Wond ... Wond ... Wie hieß der? Drei ... Zwei ... Eins. Aus! Hugo Strange. Nicht Hugo, Vago Horat. Vago Hout. The Goat. Wird auch, glaub ich, genannt. Die Ziege. Aber das waren drei Punkte für ... Resselchen. Dr. Meister Jonas Ressel. Es gibt wieder eine Specialfrage. Mal schauen, was es ist. Mal gucken, was wir haben. Das kannst du alles aufhören. Okay. Viele Antworten. Oh Gott. Ja, schreibt sie auf. Mhm. Für ... äh ... Ja, für jede einen Punkt. Also, mit den Film Südjers können wir vergessen, weil ... Das geht ja rapide dann durch. Für jede gibt's einen Punkt. Mhm. Achtung! Nennt die Burgen an der Mauer. Die Burgen an der Mauer? Die Burgen an der Mauer. Die Burgen an der Mauer. Das Problem haben wir jetzt wahrscheinlich wieder mit Englisch und Deutsch. Das stimmt. Dann nehmen wir grobe Übersetzungen. Ich hab keine Lust, jetzt alle nachzuschauen, ehrlich gesagt. Da ist übrigens Jonas richtig gut drin. Das weiß ich zufällig. Ey, ich hab mal die eine Folge ... Also, die ... die ... die ... die ... Blablabla-Mogulistisch gemacht. Aber ich hab überhaupt keine Ahnung mehr. Gott, das ist ... Für jede richtige Burgen gibt es einen Punkt. Wer hier alle hat, kann entweder in Form von Jonas Ressel Derbe davon ziehen oder in Form von Alpertor fahren. Derbe aufholen. Mhm. Das könnte deinen Sieg bedeuten, wenn du jetzt alle Burgen schaffst. Keine Chance. Keine Chance. Davon sind eh nur noch drei bemannt. Die sollte man nennen können, der Rest ist ... Der Rest ist Käse. Ja, Käse. Der Rest ist Geschichte. Käse! Ich bin ja übrigens großer Fan von Uralt-Gauda geworden. Also, während ihr noch aufschaut, erzähl ich über Käse. Der ist richtig lecker. Der hat diese Lifting-Salzkristalle drin, das ist großartig. Seid ihr durch? Der Ziegenkäse gestern. Wir haben gestern einen Ziegenkäse gestern. Wir haben unser Einjähriges gefeiert. Ja, wir sind alle ein Jahr zusammen jetzt. Ein Jahr in der festen Beziehung. Du sagst Stopp. Ja ... Halt, Stopp! Okay. Du hast ja fünf. Das ist doch schon mein Anfang. Wie viele hast du denn? Wie viele sind es insgesamt? 19. 19, ne? Okay, dann bitte. Ähm, ich hab schwarze Feste. Also, Black, äh, Dings ... Castle Black. Ist richtig, hast du auch? Ja. Ein Punkt für beide. Jack Blacks Castle. Ja. Nächstes? East Watch by the Sea. East heißt das so? Ja, ne? Ostwacht an der See. Ostwacht an der ... Das ist korrekt. Ja. Dann gab's noch eine Eis-Festung. Die hatte irgendwas mit Eis im Namen. Kommst du drauf? Auch wenn du's nicht aufgeschrieben hast, kannst du noch korrigieren? Also, ich hab Eis geschrieben. Eis ist falsch. Eis ist falsch? Also ... Das sagt mir jetzt nichts. Weiß. Nee, ich dachte, das wär Eis. Ich dachte, das wär irgendwas mit Eis. Die Eis ... Eis-Feste oder so was. Nee, kann ich nicht gelten müssen. Was meinte ich? Kann ich ehrlich sagen. Was wär's gewesen? Eismark. Eismark? Ach, scheiße. Das ist die einzige, die ich hier sehe mit Eis. Jonas, hast du noch eine? Der Schattenturm. Mhm. Hätt ich drauf kommen müssen. Ja. Dann hab ich noch Grauwacht. Oh. Äh ... Ja. Ich hatte das Wort Grau im Kopf, aber das hab ich leider nicht. Und ich habe noch ... Das ist ein Grauen, wie du spielst. Ich bin mir nicht sicher, 100% bestimmt. Westwacht an der Brücke. Korrekt. Da ist eine Brücke. Jonas Ressel. Ja. Das ist diese Brücke, die auf der Karte erscheint, bei der man sich ständig fragt, warum gehen die nicht einfach über diese Brücke? Aber die gehen über die Brücke. Ja, das kommt auch in den Büchern kurz vor, dass die Wildlinge da auch drüber gehen, aber die ist irgendwie so gefährlich, weil da immer Leute abstürzen. Du hast auch keine mehr? Nee. Du hast auch keine mehr? Das war's? Okay, passt auf. Oh Gott, jetzt geht's los. Westwacht an der Brücke, wie genannt. Schildwacht. Grauwacht. Steintor. Burg Graureif. Eismark. Mhm. Nachtfeste. Grundsee. Königientor. Oh! Nachtfeste. Nachtfeste hätten wir müssen. Königientor. Eichenschild. Waldwacht am Teich. Zobelhall. Reiftor. Langhügel. Fackeln. Grünwacht. Schwarze Festung. Ostwart an der See. Und Schattenturm. Und Burg Eichelkäs. Ja. Aber da residiert nur Alper Daufern. Ja. Scheiße. Aber es wird definitiv, das sag ich euch, Zuschauer unter uns geben, die jetzt entsetzt sein werden, dass wir nicht alle 19 aufzählen. Wer weiß die auswendig? Es steht 25 ... Fun Fact. ... zu 43. Jedes Mal, wenn man Bares für Rares guckt und die Experten sich mit den Objekten auseinandersetzen, dann sagen die immer so Dinge wie, ja, das war der und der Künstler, der ist 1922 geboren, der ging 39. Die haben natürlich die Infos davor. Die haben das natürlich. Das ist alles geskriptet. Ich hab auch mal gesehen, das ist extrem viel geskriptet. Ja, klar, natürlich ist das sehr viel zu riskant. Aber das ist so witzig. So das Gefühl wird vermittelt, dass sich das aus dem FF ist. Niemand weiß das aus dem FF. Okay, als nächstes machen wir ein Bares für Rares Quiz. Was kostet folgender Gegenstand? Der Preis ist heiß mit Antiquivitäten. Das ist geil, das könnten wir machen. Das ist eine gute Idee. Ja. Wie viel ist Jonas wert? Okay. Bitte. Okay, ein Punkt. Albert, du musst mal ein bisschen powern hier. Du musst mal ein bisschen powern. Ich weiß. Ich weiß. Buzzert bitte diese Frage. Wie viel steht's eigentlich? Hab ich doch gerade gesagt. 25 zu 43 für Jonas. 18 Punkte Unterschiede, das gibt's doch nicht. Das ist jetzt einfach. Albert, komm, du musst die einfache Frage beantworten. Mhm. In welchem Ort ist Daenerys zum ersten Mal zu sehen? In Pentos. Das ist korrekt, ein Punkt! In welchem Ort? Das ist wohl die riesige Stadt. In welchem Dorf? Hausarissenort. Okay, zwei Punkte. Komm, Albert, zieh's einfach durch. Wie heißt der Leutnant oder Lieutenant der Söldnerarmee aus Yunkai, welcher sich der Schönheit wegen Daenerys anschließt? Jonas. Dario Naharis. Mhm. Das ist korrekt. Ja. Das sind zwei Punkte. Gespielt von Michael Huisman und Ed's Grain. Mhm. Gibt das extra Punkte? Im Buch hat er bunte Haare, oder? Blaue. Ja. Und einen blauen Bart. Das ist quasi der ... Der ist aus Tyrosch, da machen das alle. Das ist Mode. Ja, das ist Mode. Gibt das extra Punkte für mich? Nein. Wenn ihr wollt, dass Alper seinen Bart blau färbt ... Das wär ne Strafe! Oh, das wär echt begeistert! So ein richtiger YouTuber, nur mit Bart färben. Ich find das auch, wir können die Bestrafung noch viel schlimmer machen. Ihr könnt die Bestrafung nicht mitten im Spiel ändern. Doch, ich bin der Spielführer. Drei Punkte, Alper. Komm, die günst du dir jetzt. Ich schieß. Wie heißt der Anführer der Nachtwachenmäuterer? Oh. 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 Mhm. Ich gebe einen Tipp. Der Nachname ist auch der Nachname einer Serie, in der ein Ausirdelschein mitspielt. Alf, oder was? Und der Vorname ist der eines großen Kaisers. Drei ... Okay, ich rate. Caligula-Adams. Caligula ... Wieso Adams? Welche Alien sehen wir mit Adams? Ich hab doch keine Ahnung, was ... Dann sage ich ... Friedrich ... Alf. Aber ich weiß, dass er von Burn Gorman gespielt wird. Ach, wow. Es ist Carl Tenner. Carl Tenner. Kein Punkt für niemanden. Danke. Okay, wir sind wieder beim Special. Special. Ist das der, der ... Wir sind Spoiler los. Also, Spoiler los. Also, mit Spoilern. Ne? Ist das der, der Moment umbringt? Oder war das die Frage? Ich weiß ja nicht, wie's in den Büchern ist. Ich bin nie so sicher. Verwechselt man gerne. Ja. Ja. Im höheren Leben haben wir ein Video gemacht über alle Unterschiede zwischen Serie und Buch. Schreibt auf. Aber nein, ist er nicht. Hm? Ist er nicht. Das ist ja der Typ mit den Dolchen. Okay. Der deutsche Dude. Okay, pass auf. Schreibt auf. Für jede richtige Antwort gibt es wie immer einen Punkt. Was? Nennt die Vasallen des Hauses Stark. Die Vasallen? Die Vasallen, scheiße. Oh, wie heißt denn der ... Hier steht eins in Klammern. Da bin ich gleich gespannt. Wahrscheinlich abtrünnig oder so. Keine Ahnung. Ich geb mir noch mal den Punkt, der stand durch. Es steht 26. Ach so, die Vasallen. Die verbündeten Häuser. Ach so, die verbündeten Häuser. Ich versteh, ich dachte grad tatsächlich an die Diener. Nein, nein, die Vasallen. Okay. Ja, okay. Es steht 26. Aber es geht nur um die Häuser. Ich rede grad, du Fotze. Es geht nur um die Häuser und nicht um die Person. Nennt die Namen da aber fucking Häuser. Wie heißt das Scheißhaus? Sagst du? Ich möchte jetzt die fucking Punkte sagen. Jonas, null. Alpa, 26. Mhm. Noch 15 Sekunden. Ja. Hier beweist sich wieder mal, sobald Jonas führt, wird er einfach frech und unhöflich, wie es sich im Schwarzwäldle gehört. So ein richtiges freches Büro. Wie heißt das? Und aus. Jetzt schon aus? 15 Sekunden hab ich doch gesagt. Ich war noch mittendrin. Ich hätte auch noch ein paar schreiben können. Ja, ich hörte auch noch ein paar. Ich hab ein paar gerufen. Fangen wir an mit ... Okay, dann einfach, fang an. Fangen wir an mit Karstak. 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 Das ist korrekt. Machen wir weiter mit Mormont. Das ist korrekt. Ja. Ja. Hab ich nicht. Dann hab ich noch Flint. Flint hab ich auch. Flint. Aber es gibt verschiedene Häuser Flint. Eine im Süden. Das sind die Flints von dem und dem Berg. Steht hier nicht. Sind sie aber ganz sicher. Steht hier nicht. Wir haben es eh beide, dann ist das scheißegal. Okay, stimmt. Ja. Glauer. Hab ich nicht. Das ist korrekt. Dann hab ich noch Tali. Nee. Ich bin mir nämlich auch gar nicht mehr sicher. Die haben ja auch einen Wandel. Steht hier nicht. Das ist ein eigenes Haus. Ja, das stimmt. Das sind halt verbündet, aber keine Vasallen. Verbündet ja, aber keine Vasallen. Das stimmt. Kein Punkt für niemanden. Hast du noch eins, Jörg? Ich hab noch ... Das kommt aber nur in der Serie vor. Mazzin. Mazzin? M-A-Z-I-N. Steht hier. Doch, Mazzin steht hier. Ich hab noch ... Das ist der Dude, der ... D.B. Weiss und David Bernierow gesagt hat, dass sie den Piloten neu drehen sollen. Ja. Ich hab noch das Haus ... Forest hieß das, glaub ich. Aber das ist aus dem Game of Thrones Telltale-Spiel. Das Haus. Das ist nämlich Vasallen des Hauses, Dirk. Ich hab noch ... Wie? Das war's? Ja, aber das hält nicht. Ich hab noch ... Dann haltet gleich fest. Jetzt kommt's. Mormont, Boten ... Wollte ich grad schreiben. Caster, Glauer ... Servin? Servin. 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 Kassel. Reed. Hornwald. Mandelary. Reed. Manderley. Mollen. Poole. Oh, stimmt. Tallheart. Mason. Und Seewerth. Steht hier in Klammern. Seewerth. Ja. Hier steht Seewerth. Okay. Ach so, ja, weil ... Davos ... Ja. Ich hab aber ... Okay. Amber. Hätten wir noch definitiv wissen müssen. Gut. Wie hieß der noch mal, der große Motherfucker? Scheiße. Mit dem kleinen Motherfucker. Großjohn. Großjohn und Kleinjohn heißen die, ne? Die Johnnies. Achtung, Achtung! Es gibt einen Punkt für ... Buzzer? Diese Buzzer-Frage. Wer bringt Robb Stark durch einen Dolchstoß ins Herz um? Boah, ich glaub, das war Alper. Dann sag ich der gute alte Roose Bolton. Das ist korrekt! Hättest du's gewusst, Jonas? Natürlich. Roose Bolton. Reg ich jetzt auch einen? Nee. Der Leech Lord. Kannst du behalten. Dankeschön, Jonas. Zwei Punkte. Wo ist Davos Seewerth aufgewachsen? Alper. Im Flohloch in Königsburg. Das ist auch korrekt. Jetzt läuft's hier beim Dude. Komm, hol dir auch noch den Dreier. Jonas steht auf Flohlöcher. Ja. Achtung, Achtung. Drei Punkte gibt es für ... Alper. Ach, wie heißt es? Sperma ist falsch. Also, ich kann auch beantworten. Bubenspritz ist auch falsch. Ah, Bubenspritz, ja. Das ist übrigens der Lieblings-Schnaps von Jonas in Hau, sagt Bubenspritz. Das ist witzig. Ähm ... Ja. Scheiße, wie heißt das Zeug? Fünf. Vier. Wie heißt das Zeug? Zwei. Ich komm nicht drauf. Niemals. Jonas, deine Chance. Also, im Englisch heißt es The Strangler oder Der Würger? Das ist korrekt. Scheiße. Wow. Wäre ich nicht drauf gekommen. Damit hat Jonas die 50-Punkte-Marke erreicht. Man nennt das übrigens passend zur Red Wedding die Purple Wedding, weil sein Gesicht sich lila färbt. Das weiß doch jeder. Okay. Die Frage soll einfach dies nicht mal einen Punkt. Okay, sehr gut. Wir kommen wieder zum Special. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Ah. Hallo, hallo, hallo. Ich schreib wieder alles auf. Okay. Nein, pass auf, wir machen das anders. Wir machen immer einen Wechsel. Wir machen das mal einen Wechsel. Okay. Batman-Schauspieler. Und du darfst anfangen, weil du hinten liegst. Okay. Nennt Personen des Hauses Graufreud. Personen des Hauses Graufreud. Ja. Dann fange ich mal an mit Yara alias Asher, heißt die in den Büchern. Theon. Ja. Theon. Dann sage ich Euron. Auch richtig. Gelt auch Bücher. Weiß ich nicht. Darf ich sonst noch mal was Neues sagen, wenn's nicht da ist? Ja, ja. Victarion. Das ist richtig. Ähm, dann sage ich Balon. Balin. Ja. Dann wird schon mal ... Die heißt wie eine Sängerin. Cher. Cher Graufreud. Ja, warum gibst du ihm einen Tipp? Weil er nie drauf kommt, weil er nicht mal auf Tenner gekommen ist, sondern hat Adams gesagt. Okay. Ähm, wer sind seine Drecksbrüder? Ich denke mal ... Lukas. Das ist falsch. Und Jonas ist damit raus. Du hast damit gewonnen. Du kannst gerne noch was sagen, aber du hast gewonnen. Es gibt ja nur für den Sieg Punkte. Nicht für jeden. Das war noch eine Special-Frage, oder nicht? Ja. Das ist doch eine Aufschreiben-Frage. Da kriegt man doch einen Punkt für jede Antwort. Du hast es mir grad gereicht. Hier steht drei um. Deswegen kriegst du jetzt zwei Punkte. Ja, okay. Das ist Feuchta. Okay. Theon, Usher, Balon, Euron, Victarion, Alanis, Morissette. Mhm. Arion, Meryn, Roderick, Vicon, Dalton. Die hatten auch einen Roderick. Roderick. Wie den Kassel. Der war sehr, sehr kurz. Das sind zwei Punkte. Roderick Kassel war eine meiner geliebten Figuren. Es steht 50 zu 32. Ist nicht alles verloren. 50 zu 35. 33. Oh Gott. Sorry. 17 Punkte. Ein Punkt. Ja. Wie heißt das Mädchen, welches mit ihrem Bruder Bran nördlich der Mauer bringt? Ja. Die Schwester von, also eine Reed, meinst du? Du meinst die, die mit Julian Reed? Wie heißt das Mädchen? Welches mit ihrem Bruder Bran? Meera. Das ist richtig. Ja. Das ist ein Punkt für dich. Danke schön. Da bist du ja immer auch, ne? Was soll ich denn machen? Ich bin angespannt. Und eine Lieblingsfrage. Ein Zitat nämlich. Von wem stammt folgendes Zitat? Er hat nicht damit gerechnet, dass er sterben würde. Er hatte vor, mit uns allen zu verbrennen und wieder aufzuerstehen. Wiedergeboren als Drache, der seine Feinde in Asche verwandelt. Jonas. Jaime Lannister. Das ist korrekt! Über Aerys Targaryen. Ah, okay. Aerys den zweiten Targaryen. Ja. Aerance. Okay, drei Punkte Alper. Ist wieder Zeit? Ja, ja. Ich weiß Bescheid. Muss aufholen. Oh. Oh! Das ist schwierig. Sprüht vor Wissen. Das ist schwierig. Ich bin ein Bär. Warte mal, das sagt doch bestimmt die Kleine. An ihrem Tisch. Die sagt immer, The North. The North. The North. The North remembers. The North remembers. Ich kann mich hoffen. Du auch nicht, Jonas? Wir sind behaart. Was? Du musst reden, wenn der Banner ... Wir sind behaart. Das ist falsch. Dann bin ich dran. Ich sage ... Wir sind behaart. Das ist dein Motto. Das ist dein Motto. Aber anders, anders ... Anders betont. Als was Jonas gesagt hat. Jonas hat behaart betont. Ich betone, wir sind behaart. Aber die richtige Antwort wäre gewesen, hier stehen wir. Hier stehen wir? Hier stehen wir. Here we stand. Anscheinend. Toll. Toll. Es gibt wieder eine speciale Frage. Ja. Nicht drauf gucken. Ja. Aufzählung, aufgeschrieben wird das. Mhm. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Nennt alle Schwerter aus Valyrischem Stahl. Ja, genau. Oh, diese scheiß Schwertnamen. Hm. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hm. Das Ding ist leider, ist die, ähm ... Äh ... Oh, wie hieß das? Hier gibt's ein paar Probleme mit, äh ... Wie hieß das? ... mit der Zeichensetzung. Deswegen weiß ich nicht, ob das hier Bindestriche sind oder Neuaufzählung. Okay. Ähm ... Ja gut, das kommt drauf an, weil ein Schwert wurde ja zu ... ... umgeschrieben. Nee, aber hier steht, das ist keine schöne Auflistung, sondern hier steht ein Wort durch, dann kommt ein ... Eigentlich ein Bindestrich, aber ein Aufzählungsstrich. Dann kommt noch einer und dann kommt keine, aber wieder einer mitten im Satz. Das hat, glaub ich, niemand verstanden. Ist egal, wenn du's siehst, wirst du verstehen, was ich meine. Okay, seid ihr bereit? Ja. Ja. Okay, Jonas, fang mal du mal an. Äh ... Eidwahrer. Oh, den hab ich gar nicht. Ist das der von den, ähm ... Das ist von Brienne. Okay, dann ist es hier eindeutig ein, äh ... Aufzählungsding. Eidwahrer ist korrekt, ein Punkt für ... Das hab ich gar nicht. Heavy Aufzählungsding. Ich versteh auch nicht, was du ... Hä? Niemand versteht, was du sagst. Ich hab's gar nicht verstanden. Nein, nein, hier ... Ich zeig's euch gleich. Okay. Ihr versteht es. Dann, äh ... Es gibt einen Unterschied zwischen Binnenstrichen und ... Jetzt kannst du deine Burg von vorhin nennen. Meine was? Deine Burg von vorhin. Komm, sag was, Alba. Ach, Eis meinst du? Ja. Eis. Hast du auch, Jonas? Ja. Und Eis wurde nämlich umgeschmiedet. Ich dachte, vielleicht ist das ja ... Ich hab noch den Widowmaker, den Witwenmacher. Das ist korrekt. Aber ich hab Langklaue. Ist korrekt. Ah! Krass! Wie kann man das vergessen? Das hab ich nicht. Nämlich noch Löwenzahn. Lionstuf. Was? Ich bin mir nicht sicher, ob das ... Ein Schwert von Jaffi hieß doch mal Lionstuf. Wenn ich mich nicht irre. Das ist verrückend. Da bin ich mir nicht sicher, ob's ... Herzfresser? Nicht ganz. Herz-Esser, Heart-Eater. Ist das Lichtbringer? Steht das da? Lichtbringer gibt's auch. Ja. Hast du's aufgeschrieben gehabt? Nein. Oh, Moment. Dann geht's nicht. Dann geht's nicht. Mann! Okay, damit ... Aber ich hab noch ... Ich hab noch ... Wie hieß es? Morgendämmerung? Es hieß nicht Morgendämmerung. Wie hieß es? Sowas aber in der Art. Okay, pass auf. Ich zähl sie einfach auf. Es gibt Eis. Eis. Witwenklage. Eidwahrer. Lanklauer. Herzbann. Herzbann. Lady Einsam. Tali. Ben nennt sein Schwert Lady Einsam. Schwarzfeuer. Umsicht. Lichtbrüller. Lichtbrüller. Lichtbrüller war's. Dunkle Schwester. Okay. Aber guck, ich dachte, das wäre ein ... Komplett lang genannt. Aber ... Alper? Passiert das nicht mehr. Das, was du meinst, ist nicht aus valirischem Stahl. Das ist aus diesem Mondzeug. Ah, okay. Aber genau. Lightbringer wurde mit Lichtbrüller übersetzt. Und übrigens, Witwenklage heißt aber, glaub ich, Widowmaker oder Flailer. Nee, Widowmaker, ne? Widowmaker, ja. Auf Englisch. Standardwaffenname. Okay. Ja, Schwarzfeuer hätten wir auch tatsächlich wissen können. Ja, hätte er hätte. Aber das ist dann wieder so weg von der Serie. Ja ... Oh Mann. Okay. Ich glaub, wir spielen das mit bis 75, weil ... Das passt doch ganz gut. Ja, aber auch nur, weil wir hier ein paar Ballerfragen haben. Okay, weiter geht's mit einem Punkt. Ja. Es steht übrigens kurz 36 zu 55 für Jonas Ressl. Vielleicht mir nicht. Lern schon mal den Eid auswendig. Ja, ja. Obwohl, du kannst das ... Ich kann das ja gleich nicht. Vielleicht kannst du noch jetzt ... Schieß los, komm. Ein Punkt für ... Wie lauten die Worte des Hauses Targaryen? Jonas. Feuer und Blut. Das ist richtig. Wer hätte das gemacht? Tatsächlich war gerade das Problem mein ADS. Ich war so gedanklich komplett weg. Warten wir kurz auf Alper? Ja. Bin da. Okay, für zwei Punkte. Oh. Wie heißt der Ort, an dem Stinker sich als Theon Grofroid ausgeben soll? Mhm. Jonas. Meidengraben. Das ist richtig. Tatsächlich, okay. Dann werd ich nicht draufgekommen. Eigentlich steckt hinter allen Game of Thrones Videos Jonas. Alper ist nur unsere Marionette. Das stimmt gar nicht. Das ist überhaupt nicht wahr. Alper moderiert. Ey, okay. Iron Maiden. Ich geh davon aus, das wisst ihr 100-prozentig. Das heißt, jetzt heißt es, seid schnell für drei Punkte. Mhm. Wie hießen die drei Drachen, mit denen die Targaryens Westeros eroberten? Gut, dass du das noch gesagt hast, sonst hätte ich die Drachen von Daenerys ausgesprochen. Ja. Äh, Meraxes. Ja. Meraxes. Meraxes. Ähm. Valerion. Ja. Der Schwarze Schrecken. Und ... Oh, oh, oh. Rhaegal. Falsch. Nein? Alle aufzählen. Es sind Valerion, Meraxes und Veigar. Veigar war's. Richtig, drei Punkte für Jonas. Ressl. Ist, äh, ein Drache von Daenerys, Rhaegal. Rhaegal, Viserion und ... Äh, Drogon. Drogon. Ja. Jonas ist aufm, ähm ... Das heißt, der kriegt jetzt drei Punkte und nicht null? Ja. Wenn du halt falsch gedacht hast. Ja, das ist dein Pech gehabt. Wegen eines Drachens. Ach! Ja. Okay. Gut. Scheißspiel. Das ist ne Buzzerfrage. Mann. Ja. Aus welcher Stadt kommt Varys? Oh, das ist ne gute Frage. Manchmal warte ich immer so, dass es sofort gebuzzert wird. Und dann so ... Zip, zip, zip. Das ist echt ne gute Frage. Jonas. Pentos? Das ist falsch. Ist es ... Musst du schon buzzern? Ja, ja, schon klar. Ja. Ja? Oh, da muss ich echt überlegen. Ich sage ... Okay, ich muss raten, ich komm nicht drauf. Ich sag Volantis. Nee, das ist Liz. Liz? Scheiße. Kein Punkt für niemanden. Immer wenn irgendwas mit Geschlechtsteilen zu tun hat, ist Liz. Es ist immer Liz. Ab die Dinger. Ja. Oder Hauser. Oder Hauser. Achtung. Ja. Wie heißt der Anführer einer Dothraki-Armee? Jonas. Karl. Ist richtig. Karl. 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 Alper. Vielleicht möchtest du diese zwei Punkte haben. Hätte auch Kalasar sagen können. Man hat gemerkt, dass er das Wort Kalasar umschreiben wollte. Wer gab der daraus entstehenden Bruderschaft ohne Banner ihren allerersten Auftrag? Albert. Ja, ich weiß es. Äh, das war ziemlich sicher Robert. Robert Baratheon. That's wrong. That's wrong. Das ist Eddardstag. Das ist richtig. Er beauftragt, ähm, Dings, ähm, den Dude. Korrekt. Eric, du meinst Dondarrion. Dondarrion beauftragt er, ähm, hier den Hund, den Ehrenhund. Nein, nicht den Hund, den Berg. Den Berg, ja, den Berg. Den Ehrenhund, ja. Das ist korrekt. Wo? Aber das war nicht im Auftrag? Im Königswald. Oder? Nee, 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 in den Flussland. Im Flussland. Achso. Jonas, das ist auch fluchtig. Aber, sorry, das ist doch, der ist doch, ähm ... Eddardstag. Was war Eddardstag? War das nicht im Auftrag von Robert Baratheon? Er war die Hand. Er hat die Hand. Ja, deswegen. Aber er hat ... Das geht dann wirklich nicht. Er hat den ... Er hat den Auftrag gegeben. Äh ... Na gut, vielleicht ... Ich weiß halt ... Alper, jetzt wird's eng. Ja, okay. Es wird eng, Alper. Vielleicht kannst du drei Punkte kassieren. Welches ist die zweitgrößte Stadt in den sieben Königslanden? Die zweitgrößte Stadt ... Die zweitgrößte Stadt in den sieben Königslanden. Die größte ist nämlich ... Mhm. Und die zweitgrößte ist ziemlich sicher Königsmund. Das ist falsch. Es ist die drittgrößte. Alsars. Alsars ist die größte. Das ist korrekt. Alsars ist die größte. Ist die zweitgrößte. Wer ist denn die größte dann? King's Landing. Nein! Alsars ist größer als King's Landing. Nein! Hier steht Old Town Alsars. Alsars ist größer als Königsmund. Königsmund ist nicht die größte. Gehen wir um die Fläche oder Einwohner? Ich weiß es nicht. Das schau ich nach. Das guckt er nach. Das schau ich nach. Jetzt wird verifiziert. Die Frage kommt übrigens von einer Freundin von Kjell, nämlich der lieben Anne. Wenn Anne jetzt falsch hat, dann verklagen wir sie. Okay. Ich such mal einfach nach Biggest Cities of Westeros. Ziemlich sicher. Was ist, wenn du falsch lägst? Was machst du dann? Dann färbst du den Bart blau, ja? Da zeigt sich nicht immer, wie sicher Alper in sowas ist. Machen wir die nächste Frage. Da sind wir bei einer Special-Frage. Vielleicht ist das, je nachdem was es ist, könnte das der Sieg für Doktor Jonas. Moment. Hier steht aber ... Moment. Das sind tatsächlich ... Ist hier alles ein bisschen ... Unterschiedliche Ankamen? Ja. Oh, das versteckt. Hier sagt auch wieder jemand, als das größer wäre. Hm. Ja. Okay. Kann man wohl nicht hundertprozentig beantworten, aber ... So, okay. Ja, mach weiter. Eine Buzzerfrage für zwei Punkte. Mhm. Jon Snow geht freiwillig zur Nachtwache. Er wird überrascht von Sir Alizar eingeteilt zu den Kamerern. Was gibt es noch, außer den Grenzern? Jonas! Die ... Mason Maurer. Mason ... Bauern. Nein, komm. Bauer. Na? Bauarbeiter. Komm. Mason. Ich lass das gelten. Die Richter, die ... Weißt du's auf Deutsch? Auf Deutsch, nein. Die Baumeister. Zwei Punkte. Ich hätte auch Bauer gesagt. Die Bauern. Die Heimwerker-Kings. Ja. King. Da wär ich eingeordnet worden. Nee, man wird ja falsch eingeteilt. Für seine wahre Bestimmung. Du bist Kamera. Was war das? Das war eine Special-Frage. Das war eine Special-Frage? Das war eine Special-Frage. Pff. Oh! Okay, ein Punkt. Alper, dein Metier. Wie nennen sich die Krieger, die gegen Daenerys in Meereen aufstacheln? Das ist komisch formuliert. Ach so. Sind die Harpien gemeint? Kannst du es genauer sagen? Ich lass es trotzdem gelten. Weißt du es noch genauer? Die Kinder ... Söhne ... Söhne der Harpie. Sons of the Harpie. Sons of Anarchy. Das ist korrekt, Alper. Dein Siegeszug hat damit begonnen? Weißt man's? Nicht wirklich. Vielleicht doch? Wie viel steht's eigentlich? Das zeig ich dir. Es steht 37 ... zu ... 69. Wow, hast du ... über mich überholt. Zwei Punkte, Alper. Du hast gesagt, boah, hast du Glück. Nein, das nicht. Du kannst zwei Punkte holen. Ja, ich ... Was? Frankfurt. Frankfurt. Stuttgart. Nee, das geht nicht mehr. Warum? Du hattest auch Frankfurt gesagt. Hm, okay. Na gut, das ist aber ... Zeig mal. Ja, steht da. Stuttgart ... Mac ... Macfishing? What the fuck, ne? Das ist Pixumondo aus Frankfurt vor allem. Tja, dann verklagen wir ... Anne. Schon wieder. Anne hat eben auch so eine Krippe gestellt. Vielleicht arbeitet die da und ... Nee. Vielleicht denkt sie. Propaganda. Das ist wie jede Firma, die sagen, wir machen das Größte. Du weißt gar nicht, was Propaganda ist. Ich dachte grad, als du die Frage vorgelesen hast, welche Firma gibt es denn bei dir? Hä, die Eisernen Bank? Die Eisernen Bank? So das Einzige, was du als Unternehmen ... Oh, eine Buzzerfrage. Drei Punkte? Zwei Punkte. Mhm. Ist eine Specialfrage. Da gibt's weniger. Okay. Das ist einfach. In wen verliebt sich Samuel Tali? Das ist der Hund. Alper. Das war der Hund? Ja. Oh Gott, wie heißt die? Warum hat der ... Hier steht's falsch drauf. Hier ist was falsch drauf. Das weißt du gleich. In wen verliebt sich Samuel Tali? Oh Gott, wie heißt die denn? Ich kann ... Es gibt ... Ich kann direkt die Antwort geben. Das ist doch ... Stopp. Gold. Goldlöckchen. Goldpinkchen. Wie so eine Gillyflower. Gilly. Gilly ist richtig. Gilly. Goldie auf Deutsch. Aber hier steht Glody. Glody. Hallo, mein Name ist Glody. Die Anne hier. Glody. Das sind zwei Punkte für ... Alper Turfan. Ja. Der damit krass aufholt. Und jetzt vielleicht sich auch noch diesen nächsten Punkt holt. Einen Punkt. Get this. Wie heißt der Bruder von Daenerys, der eine goldene Krone bekommt? Alper. Viserion. Viserys. Viserys. Sorry, Viserys. Ich hab's im selben Atemzug korrigiert. Viserys. Okay. Da war aber die Selbstsicherheit grad ein bisschen zu hoch für so wenig Punkte. Ja. Sorry, das sind diese ganzen Targaryen-Bamen, die klingen gleich. Punkte gibt es für ... Wie hieß der Knappe von Sir Barristan? Jonas. Jamie Lannister. Jamie Lannister ist es. Jamie Lannister. Ja. Ich möchte kurz vermerken, dass Jonas noch vier Punkte braucht, um den Sieg davon zu tragen. Mhm. Das kann er nicht mit dieser nächsten Frage schaffen. Ja. Aber ich kann ... Und wenn du 74 hast, beantworte ich alles richtig und gewinne 75. Das wär geil. Ja. Ja. Achtung. Drei Punkte. Wie nennt sich die Waffe, die Dothraki verwenden? Jonas. Er macht den Alper-Woof erst drücken, dann denken. Scheiße. Zähl an. Zähl an. Bevor das noch kommt. Vier. Drei. Zwei. Eins. Null. Alper. Ich hätt gesagt, Krah. Nein, es ist Arak mit Haar. Es war eigentlich richtig. Fuck, stimmt. Das sind drei Punkte für Alper. Mit Krah? Ja, Krah. Krah! Immer Krah. Wir sind wieder bei einem Special. Jonas Kapital Bra. Je nachdem, was es ist, könnte das das Ende bedeuten. Nein, ist es nicht. Krah! Es ist nicht das Ende. Es ist der Bröttern. Buzzerfrage. Wer ist die Uroma von Hodor? Ah! Eine Frage von Anne. Ah! Ah! Oh, wie heißt sie? Ich hab sie sogar ... Homa. Oh Gott, wie heißt er? Jonas. Old Man. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ja, aber da werd ich auch nicht drauf kommen. Zwei Punkte. Hat man ihren wahren Namen? Hier steht ... Also, die alten Namen. Ja, ich glaub, das wird ... Im Flashback wird's genannt. Genau, das wird doch genannt. Bin mir aber nicht sicher. Nee, es wird Hodor, wie ich den Namen ... Interessanterweise ... Soll ich nachgucken? Guck mal kurz nach. Ja, ich mach das grad. Old Man. Das ist bestimmt so ... Gertrud. Die Schauspieler heißt Margaret John. Sieglinde. Sieglinde Hodor. Ich glaub, das ist nicht bekannt. Hier steht's nämlich nicht. Ja ... Warte, es hat noch viele Fragen. Vielleicht können wir noch eine zweite Quizdinge sehen. Ja, auf jeden Fall. Wir könnten auch weitermachen jetzt. Ja. Ein Punkt. Ja, mach ruhig weiter. Bist du bereit? Ja. Nicht nebenher Google. Nein, ich antworte. Guck mal, guck mal, guck mal. Du sprach da mal. Ja, okay. Achtung. Los geht's. Ein Punkt gibt's für diese Antwort. An welchem Ort stirbt Sir Maren Trent? Er stirbt durch die Hand von ... Oh, ich hab's. An welchem Ort? Und das ist in Braavos. Würde ich gelten lassen, aber weißt du noch, wo genau? Ja, in einem Freudenhaus. Korrekt! Ach so, ich dachte, wie das Freudenhaushaus. Hier steht in einem Bordell immer raus. Oh, Freudenhaus-Günisch, das Bordell. Psch. In einem Haus, ach. Zwei Punkte. Das könnte das Ende dieses Quizzes bedeuten, wenn ... Es ist Matchball. Das ist, wenn Jonas diese Frage beantwortet, hat er dieses Spiel gewonnen? Mhm. Wenn Alper die Frage richtig beantwortet, ist seine Blamage zwei Punkte weniger klein. Ja. Milk of the Poppy. Heißt das auf Englisch. Warum guckst du mich so an? Du willst auf Deutsch wissen? Ja, nee. Das hört sich an ... Die Milch ... Die Milch eines Weltbilds. Die Milch eines Weltbilds. Mondblumenmilch? Ja, auf Deutsch heißt tatsächlich Mondblumenmilch oder so was. Nein. Aber du hast es eigentlich richtig, dann lass es gelten. Ja, das stimmt. Essenz vom Nachtschatten. Essenz vom Nachtschatten. Moment. Moment. Oder das ist was anderes. Ist das das Gleiche? Nein, da gibt's ... Soll ich nachgucken? Ich mein, das, was Aria die ganze Zeit saufen muss. Kann man nachgucken? Kann man checken. Ist eine Frage von dir selbst. Also, Milk of the Poppy ist auf jeden Fall ... Nur Milch ist es ... Weißt du, dass es in Hausach das auch gibt? Milk of the Puppy? Nicht schlecht. Find ich sehr gut. Milk of the Puppy is a powerful medicine. Zum Einschlafen und ... Anästhetik und Painkiller. Also, das ist ... Lustig übersetzt. Aber gibt's nicht noch ein Schlafmittel? Aber ich dachte, das ist das ... Das lass ich gelten. Drei Punkte. Das heißt auch wieder, Jonas kann hiermit gewinnen. Soll ich trotzdem mal nachgucken? Ist egal. Jonas will jetzt gewinnen. Nein, weil ... Okay. Es ist aber trotzdem was anderes. Nur zur Info. Es gibt zwei Punkte. Für alle, die jetzt in den Kommentaren meckern wollen. Es gibt zwei Punkte. Hä, wie zwei Punkte? Das ist eine Special-Frage. Ach so. Okay. Sind wir nicht mehr dran? Nee. War doch grad einer. Du hättest mit einem Punkt gewonnen quasi. Mit einem Punkt über den 75. Nee, ich will lieber genau ... Damit könntest du's schaffen. Ich glaub aber nicht. Das ist eine Buzzerfrage. Es ist eine Buzzerfrage und ein Zitat. Von wem stammt folgendes Zitat? Habt ihr denn Schafe an der Mauer? Nicht? Ihr nehmt also die Hände. Kein Wunder, dass ihr alle so schlechte Laune habt. Ey, Pat. Also, ich muss jetzt buzzern. Ich sag, es ist Tormund. Ist falsch. Scheiße. Jonas. Ähm ... 5 Sekunden Zeit um 5. Dann nehm ich ... 4. Muss schon buzzern. 3. 2. Ähm ... 1. Wie heißt denn die, Alter? 5. 4. 3. 2. 1. Raus. Jonas ist raus. Das ist Ygritte. Ah, den Namen hab ich gesucht, ja. Den Namen? Ist ja Brigitte, nicht Brigitte. Ach nee, das war ne Dreierfrage, oder? Hä? Das war ne Dreierfrage? Ja, tatsächlich. Ja, genau. Jetzt hättest du mit einem Punkt. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Sorry. Also, für Jonas ist jede Frage ne ... Ne Matchplan? Das ist ne Aufzählungsfrage. Es heißt, Alper, wenn du das richtig machst, kannst du ordentlich Punkte kassieren. Es gibt pro richtige Antwort einen Punkt. Ich brauch nur zwei Punkte machen quasi. Es könnte der absolute Sieg für Dr. Jonas Ressel sein. Aufschreiben. Jonas könnte jetzt gewinnen. Also, ich hab zwei. Red doch nicht immer rein, wenn ich hier anmodere, du Ficker. Reicht ja auch. Ja, dann ... Du brauchst noch zwei Punkte, braucht der noch, ne? Ja, braucht noch zwei Punkte. Dann reicht das, ja. Dann mach. Erdard Stark, Janice Lind. Ja. Ned Stark, Zepta Modane, Roderick Castle, Janice Lind, Rickard Carstark, Will, Raccaro, Mero, Prandall, ... Okay. Kennst du die noch mal so durch? Aber damit gewinnt! Ich will noch kurz was sagen. Eigentlich hätte ich die Punkte für Milk of the Puppy nicht um ihn kriegen können. Milk of the Puppy ist eher ein Schmerzmittel, auch wenn es in den Büchern gegeben wird, um eins zu schlafen. Tatsächlich war Essence of the Nightshade gefragt. So ehrlich will ich noch sein. Okay. Das heißt, zwei Punkte weniger für dich. Aber im Endeffekt steht es tatsächlich 46 zu ... äh ... 75. Herzlichen Glückwunsch, Jonas. Herzlichen Glückwunsch, Alper. Ich freu mich auf deine Schwur gleich. Ja. Aber im Kostüm. Das ist vollkommen okay. Nee, ist okay. Wie haben wir uns geschlagen? War das in Ordnung? Naja. Oder müssen wir uns jetzt schämen? Nein, man merkt, dass Jonas ein Streber ist. Da zuckt er mit den Schultern. Okay, aber herzlichen Glückwunsch an Dr. Jonas Ressel für den haushohen Sieg im Game of Thrones. Eigentlich wär's cooler, wenn ich jetzt Alper enthaupten dürfte. Ja, das wär auch cool. Danke an Kjell und ... Stopp, machen wir das jetzt im Podcast, dass ich einfach diesen Nachtwache-Spruch aufsage? Nee, machen wir ein extra Video davon. Ach, das wollt ihr in einem extra Video? Ich hab das hier einfach im Podcast angeschnitten. Nein, 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 nein. Warum nicht? Das wollen wir ja sehen. Nein, wir wollen das auch sehen. Du musst das ja auswendig lernen. Das ist ja hier ein Podcast. Auswendig. Ist das denn für Social Media oder was? Naja, das machen wir ein extra Video. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, Social Media Gold. Ähm. Das heißt, folgt uns unbedingt auf unseren Social Media Kanälen. Wir können dann, wenn ihr's cool findet ... Wenn ihr mal reinredet, ne? Der furchtbarste Hurensohn am Tisch. Ja, aber du fängst schon an hier, sagst du, zu beenden. Ja, das kann ich. Aber guck mal, wir können ja noch mal eins spielen, wenn ihr's cool findet. Oh, wir haben ja noch Fragen übrig. Ja, wir haben ziemlich viele Fragen übrig. Deshalb rede ich dir auch rein, du Hurensohn. Fick dich. Ich bin dagegen, dass wir das noch mal spielen. Aber danke Kjell, danke Anne und wie Freunde alle heißen, die fantastischen Freunde. Die fantastischen Freunde von Kjell und Anne. Ja. Die ... anscheinend in Stuttgart arbeitet. Schreibt ihr das mal auf, dass wir jetzt hier eine Infokarte einblenden auf YouTube. Für jeden, der uns auf YouTube guckt, diesen Podcast. Da wird man direkt zu den Instagram-Accounts kommen können. Ja, Mann. Zum Beispiel auf Instagram. Da wird es bald zu sehen gehen, wie Alper niederkniet und den kleinen Mann von Jonas vergöttert. Das wird richtig peinlich. Ja. Du hast selber ausgesucht, die Strafe. Boah, weißt du, was besser gewesen wäre, wenn wir's gemacht hätten, dass er in der Kölner Innenstadt in der Fußgängerzone... Oh, nee, das ist so richtig YouTube-ig auf der Domplatte. Das ist ja so richtig... Das ist ... boah. Boah. Boah, ey. Jonas, man merkt, wo du mal gearbeitet hast, ey. Na gut. Wenn du noch ein bisschen ins Sonne studierst, vielleicht. Oh! Na gut. Das war's. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Schaut unsere World of Westos-Videos an. Ja, guckt sie an. Und abonniert uns überall, lautet die Glöcke, damit ihr auch kein Video verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.